Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Heute geht es wieder um einen Panzer der Stufe 4, der zu einem Panzer Stufe 5 digitiert, aber bevor wir das tun, würde ich euch gerne etwas zeigen und zwar was es hier in diesem letzten Update gab. Das kam schon vor ein paar Tagen raus, aber ich dachte mir, ich zeige es euch trotzdem erst jetzt, weil in diesem Update nichts drin ist, was es für mich wert war in der Folge zu zeigen, denn es gab Kisten. Ich war schon in einer der ersten Folgen dieses Projekts, also im Winter Event, durch die Winterkisten anfangs leicht abgeturnt vom Spiel, muss ich zugeben, weil Kisten generell in Spielen oder Lootboxen im Allgemeinen nicht so eine feine Sache sind, musste aber selber zugeben und bin auch immer noch der Meinung, dass die Kisten aus dem Winter Event tatsächlich ziemlich cool waren, weil man jeden Panzer bekommen konnte. Durch diese alle 50 Kisten kriegst du auf jeden Fall einen Panzer und außerdem gab es extrem viel Gold. Also in diesen beiden Punkten, muss ich leider zugeben, waren die Kisten tatsächlich so gesehen worth, im Vergleich zu den restlichen Preisen. Aber ich will euch ganz kurz einmal eben schnelldurchlauf zeigen, weil darum soll es gar nicht eigentlich gehen, was in diesen Kisten vorhanden ist, falls man sich das irgendwie angucken kann. Es gibt nämlich hier keine Auflistung dazu, perfekt, kann man die irgendwie so sehen oder komme ich dann auf eine Webseite? Nein, ich kann es nicht angucken, oder? Natürlich nicht. Wenn ich drauf drücke vielleicht, sieht man, ja doch hier sieht man die, ja immerhin, Gott sei Dank. Abgesehen vom Preis, dass die wieder extrem teuer sind, ist da meiner Meinung nach nämlich nur Scheiße dran und das finde ich traurig. Wenn ich mir mich angucke, was da drin ist, du kriegst halt auf jeden Fall zu 100 Prozent, ja also garantiert, entweder einen Tag, drei Tage Premium oder freie Besatzungs-IP einmal oder halt irgendwelche anderen Booster oder auch einmal Kreditpunkte. Das ist vielleicht sogar ganz interessant, weil lohnt sich dann vielleicht sogar irgendwie, bin ich ehrlich, aber ich weiß halt nicht, wie viele Kreditpunkte das sind. Außerdem ist das jetzt nur der Booster, sorry, natürlich die hier. Ach, da steht sogar der Zahl bei, ja mein Gott, 100.000 und eine Viertel Million. Ist immer noch ganz cool, aber wenn man jetzt runterrechnet, man zahlt mindestens über, also so, ja, sagen wir mal pro Kiste, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, war es glaube ich irgendwie 140, 50 Euro für 200 Kisten, also ist schon happig. Weiß nicht, ob sich das dann so rentiert, ehrlich gesagt. Und mit ganz viel Glück kriegst du wahrscheinlich dann auch eine halbe Million, aber ich denke, man wird wahrscheinlich, wenn es Kreditpunkte sind, eher 100.000 meistens sein, aber möglich ist es, ja, immerhin. Eine Chance auf eine Belohnung von der Liste mit 25% Wahrscheinlichkeit sind dann rote universelle Bücher, braune für ein einzelnes Mitglied, wobei ich sagen muss, ich finde die roten Bücher geiler, weil es insgesamt mehr Erfahrung ist als so ein kleines kackbraunes Buch. Außerdem sind die ganzen Mitglieder dann auf einer Ebene. Du kannst ein Besatzungsmitglied bekommen mit Waffenbrüder als generellen Nullvorteil, schön, oder eine Ausbildungsbroschüre, die meiner Meinung nach aber nicht ganz so geil ist, aber naja, immerhin. Für 10% kriegst du einen von, keine Ahnung, wie viel sind das, 10 verschiedenen Skins. Den ersten kann man vielleicht machen. Ich weiß halt nicht, wie die auf dem ganzen Panzer aussehen, keine Ahnung. Den finde ich jetzt schon irgendwie nicht ganz so geil, weil so ein Holzpanzer, was will ich damit? Ja, nee, nicht mein Stil so. Den finde ich richtig lame. Ja, muss nicht sein. Der könnte bei manchen Eiskarten ganz geil sein, aber bei schwedischem Panzer finde ich den, glaube ich, ganz cool. Aber ich würde den halt gerne auf dem ganzen Panzer sehen, so ist halt schwierig zu beurteilen. Den hier finde ich, glaube ich, lame. Ja, das hier ist richtig Standard, finde ich. Ja, okay, den müsste man groß sehen. Genauso wie den hier, die letzten beiden, da kann ich kein Urteil drüber fällen, weil ich es nicht genau sehen kann. So, und eine Chance von 2% auf ein Premium-Fahrzeug. Oder garantiert nach jeder 50. Kiste. Also nach allen 40 Euro kriegst du auf jeden Fall einen Panzer. Das System mit 40 Euro für einen Panzer, bin ich ehrlich, ist eigentlich ziemlich cool, weil du so tatsächlich auch wirklich was bekommst. Normalerweise die Premium-Panzer kosten ja zwischen 20 und 50 Euro meistens im Standard-Paket, sag ich mal, also ohne irgendwelchen Zusatzkram. Aber hier sind fast nur Scheiß-Panzer drin. Also wirklich so gut wie fast nur Müll. Es gibt den neuen Jagdpanzer der Japaner, den Kari. Der wäre vielleicht auch ganz okay zum haben, aber auch den finde ich nicht so spannend, ehrlich gesagt. Den Waldgeist, das ist die Su-130PM, das ist der Jagdpanzer von den Russen. Eigentlich ganz cool. Ist Stufe 8 übrigens, falls ich das nicht erwähnt hatte. Eigentlich ganz cool. Nur interessiert mich Russenpanzer so gar nicht irgendwie. Weiß ich nicht. Und leider muss ich auch zugeben, für einen einzigen Skin, der daran interessant ist, so viel Geld ausgeben, sehe ich irgendwie nicht ein. Der Emil 1951 interessiert mich gar nicht. Den Gonzalo interessiert mich auch nicht. Der AMX-30 hier, den finde ich auch kacke. Kirovets ist wieder so ein russischer Panzer, den ich nicht haben möchte. Der Chieftain soll richtig scheiße sein. Der 59 Petten weiß ich nicht, müsste ich testen. Turtle 1 fand ich jetzt auch nicht so interessant. Hier steht nochmal Kari, Waldgeist und der ganze Rest aufgelistet. Also kein Plan, steht irgendwie doppelt hier. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war da nichts von den Panzern bei, was mich gereizt hat, weswegen ich mir auch keine Kisten geholt habe. Vor allem, weil es hier kein Gold für gibt. Jetzt gehe ich mir davon aus, ich würde mir jetzt 50 Kisten holen und kriege fast nur Premium und vielleicht ein paar Booster. Ich will jetzt nichts sagen, aber dann wäre das für mich richtig verschwendetes Geld gewesen. Für 50 Kisten hätte ich wahrscheinlich dann irgendwie einen Panzer gekriegt. Das wäre dann irgendwie der Kirovets 1 gewesen, den ich hätte nicht haben wollen. Und dann sitzt die Hass, 40 Euro ausgegeben, für scheiße. Da war das Weihnachtsevent, finde ich, allein schon von den Panzern her schon saugeil. Ich will es mal eben ganz kurz zeigen. Für die, die es nämlich gar nicht mehr auf dem Schirm haben oder es gar nicht mitbekommen haben, bei dem Event im Winter, da gab es nämlich fünf Panzer. Und zwar einmal den BZ-176. Der ist okay, der ist cool. Da habe ich die Crew mit der Weile sogar schon echt weit vorne. Da muss ich gerade mal selber gucken, wo ich die genau alle habe. Dann gab es nämlich den AMBZ, stimmt, der war auch dabei. Der war auch dabei. Auch ein sehr geiles Ding. Dann war dabei der, die Vipera war auf jeden Fall dabei. Den habe ich auch aus den Kapseln bekommen da, also aus diesem komischen Automaten. Spiele ich zwar quasi nie, aber da habe ich sogar eine eigene Folge darüber gemacht, weil da habe ich mich echt gefreut. Äh, dass wir sich nur noch alle finden. Vor allem, weil ich gerade nicht auf den Namen komme, weil ich gerade irgendwie ein bisschen doof bin. Das tut mir leid. Also der Vipera war auf jeden Fall dabei. Der ist eigentlich auch ganz okay. Ja, bin ich jetzt... Ah ne, genau, der Char, der war auf jeden Fall dabei. Der hier, der war auch noch einer für den Fünfen. Ist auch ganz cool, nur bin ich halt nicht so ein Fan von dem Aussehen des Panzers und so. Also der ist ganz witzig zum Spielen, aber... Ja. Ich spiele generell eher wenig Scouts, bin ich ehrlich. Äh, denn der Iron Arnie war dabei. Also dieses Gefährt. Ist eigentlich auch ganz cool. Und ich meine, es wären jetzt schon alle fünf gewesen. Also der Iron Arnie, der Char, die Vipera, der BZ und der AMB-T. Alle fünf Panzer valide und zwei davon habe ich sogar immer noch in den Favoriten mit drin. Und den AMB-T finde ich immer noch einen der geilsten Panzer, den ich hier so in meiner Garage habe, ehrlich gesagt. Da hat sich fast jeder Panzer gelohnt und da hast du dich auch über jeden gezogenen Panzer gefreut. Hier? Nicht. Irgendwie weiß ich nicht. Das reizt mich alles so nicht. Juckt mich nicht. Gut, das auf jeden Fall dazu. Ja? Ansonsten gab es noch irgendwie eine wichtige News, die ich jetzt vergessen habe. Ach genau, es gibt jetzt seit zwei Wochen oder so jeden Tag dieses komische Kack-Spezialangebot, was übelst Müll ist. Ich kann mal ganz kurz auf Spaß nachgucken, was ich jetzt heute drin habe, aber es ist eh fast immer nur scheiße. Heute kriege ich eine Million Kreditpunkte und 500 Gold für 8 Euro. Schauen wir mal ganz kurz nach. Lohnt sich das überhaupt? Wir haben hier 400 Kreditpunkte. Das heißt, eine Million Kreditpunkte geteilt durch 400 sind 2500 Gold. Das heißt, wir kriegen so gesehen 3000 Gold für 8 Euro. Kann man machen. Ach, weißt du, was kommen die Millionen Kreditpunkte, nehmen wir mit? Aber ansonsten hast du meistens nur irgendwie ein, zwei Booster drin oder irgendeinen anderen richtigen Bullshit. Also diese Tagesdinger da, fände ich irgendwie echt schwach. Weiß ich nicht. Muss auf jeden Fall nicht sein. Generell kann ich mal ganz kurz gucken, was ist eigentlich gerade in dieser Sonderaktion drin. Nur mal ganz, 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 ganz kurz grob. Irgendein Arm XM4 MLE 49 Liberti. Interessiert mich nicht. Die ISO 152K ist wieder im Angebot. Mein Gott. Und WZ-114 ist auch übelst Schrott, meine Meinung nach. Ja, und das war es auch schon an interessanten Panzern. Wie ihr seht, ich finde es auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber jetzt gerade ist es halt nur Schwachsinn bei. So, Kohle ist schon drauf. Da ist die Million. Sehr schön. Was aber interessant war, war, es gab gleichzeitig noch den... Diesen kleinen Boost hier. Genau. Weil du hast mich dann fünffach Erfahrung auf jeden Panzer gehabt jeden Tag. Und Erfahrung ist günstiger gewesen. Das habe ich auch ausgenutzt, wie ihr seht. Ich habe mir eine Dreiviertelmillion Erfahrung rangeholt. Hab, äh... Ich glaube 20.000 Gold oder so reingesetzt gefühlt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und, naja. Jetzt haben wir Kreditpunkte. Die habe ich mich ein bisschen auch gefahren. Also bis auf die eine Million jetzt gerade eben. Habe ich alle gefahren. Und wir haben jetzt genug Erfahrungspunkte, dass ich alle Vierer-Panzer wegmache und upgrade. Aber, bevor ich das mache, will ich eine Sache noch ganz kurz zeigen. Eine letzte noch. Dann ist die Informationsgequatschereihe hier auch endlich fertig. Und zwar habe ich jetzt hier langsam aber sicher so eine feste Auswahl an meinen Lieblingspanzern. Und wenn ihr mal so die ganzen Crews anguckt, sind die alle, finde ich auch... Okay, der braucht noch einiges mehr. Aber ab hier auf jeden Fall sind die Crews echt in Ordnung. Ja, wie ihr das seht mittlerweile. Ähm... Ja, die muss ich auch noch in einem Video zu machen, glaube ich, ne? Zum Renegade. Ah! Aber wie ihr seht, da sind halt einige Crews schon echt weit vorne mit dabei. Und... Na gut, der halt noch nicht wirklich viel. Der schon ein bisschen mehr, aber die beiden spiele ich auch selten. Aber auf jeden Fall am meisten gespielt sind bei mir der Skoda, der Bet-Chatellon, der Renegade, der T-77, der T-832, AMB-T. Das sind so meine Haupt-6-Panzer quasi. Und beim Skoda habe ich jetzt das erste Mal schon angefangen. Ich habe ihm hier beim, äh... Feldaufrüstungsforschen alles einmal durchgeforscht. Habe diese Module hier genommen und bin dann auch hingegangen und habe dem hier einmal beim Zubehör den zweiten Slot Feuerkraft gegeben, habe da einen Stabilisator reingepackt und habe hier einmal die erbeutete Zielführung reingehauen und die auch mit 3 Millionen Kreditpunkten verbessert. So, dass ich halt minus 8 habe. Das heißt, der hat jetzt vollkommen verbessertes Zubehör. Ja, das fand ich mal ganz wichtig zu machen. Weil ich finde, das ist einer der geilsten Panzer, die ich habe. Gut. Jetzt haben wir genug gequatscht. Jetzt habe ich euch ganz kurz auf den aktuellen Stand der Dinge geholt und wir gehen zum Type-1-Chi-He. Und haben hier den Chi-Nu als nächstes. Und... Auf geht's. Ist mal eine andere Digitationsfolge? Ich weiß. Ich wollte es eigentlich auch erst gar nicht machen mit der Information hier. Weil ich finde es halt trotzdem irgendwie wichtig, euch immer bei diesen Informationen auf den komplett aktuellen Stand zu halten. Einfach, weil ihr dann selber auch nachvollziehen könnt, warum ich hier was genau mache. Das finde ich immer ziemlich wichtig, ehrlich gesagt. Ja. Müssen wir nur noch eine Runde finden, weil wir haben jetzt 23 Uhr... äh... 26. Da wird es relativ schwer manchmal mit Stufe-Vierer-Panzern. Oder Fünfer auch. Die sind auch manchmal nicht ganz so gut zu empfinden. Aber geht. Ja. Ein Begegnungsgefecht. Mhm. Ja, den Chi-He, da kann ich mir nicht mehr eine Meinung grad zu bilden, weil ich das letzte Mal die Vierer vor irgendwie zwei, drei Wochen gespielt hab, als ich die letzten Folgen gemacht hatte. Und diesen Panzer sogar noch weiter davor gespielt hab. Und ich ehrlich gesagt nicht mehr so viel die Ahnung davon habe, was ich von dem Panzer gehalten hab. Aber sehen wir gleich. Weil ich hier auf jeden Fall nach rechts, oder? Weil ich mein, hier hast du eh fast nur... Wobei, es gibt doch schon ein paar Hewigs. Fünf Stück. Äh, drei Stück. Fünf Mediums. Bei uns gibt's mehr Mediums. Davon die mehr Jagdkonzer. Ne, haben wir nicht. Moment. Ne, die haben vier. Wir haben vier. Aber die Mediums sind unterschiedlich. Wir haben hier acht Mediums. Und die haben... Nur fünf. Davon die Leids, die haben wir gar nicht. Interessant. Okay. Ich nehm alles zurück. Wir fahren da nicht hin. Geil. Begegnungsgefächt und alle gehen in den Wald. Ich mein, kann funktionieren. Aber... Naja. Rein theoretisch braucht der Gegner jetzt nur mit sechs, sieben Panzern sich da draufstellen. Und dann könnten die einfach mal in ganz Ruhe käppen. Und wir können nichts dagegen tun. Was kann ich eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Äh. 75 Schaden haben wir als Alpha. Buh. Alter, 131 hat die Goldmunition. Oh mein Gott. Na, guck mal, was mit dem passiert da, Junge. Och, der Arme. Bum. Also ich bin nicht begeistert von der aktuellen Situation, Leute. Da könnt ihr euch gerne mal... Ne? Ich denke, wir versuchen natürlich trotzdem ein, zwei Hits zu landen. Aber ich will gar nicht nach vorne pushen. Nicht, solange wir hier nicht ein bisschen Unterstützung haben. Und da geht's schon los. Da fangen sie an zu cappen. Ja, und genau deswegen will ich mich nicht zeigen. Ja, Kumpel. Guck mal, wer hat der kassiert. Nicht hinter mich verstecken. Oh, ich richte jetzt sonst ab. Donk. Ah, da war der... Da war die Leiche, ne? Dumm gelaufen. Okay, Kette getroffen. Das ist schlecht. Ah, die braucht mehrere Schüsse, die sie hörte. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, Leute, habt ihr gut hingekriegt, auf jeden Fall. Ich glaube, ich verpiss mich einfach hier. Na, Stuck, lebst du auch noch? Oh, du fährst vorwärts. Excuse me, ich wollte dich nicht blocken. Ui. Wir haben einen Stalker. Oh, die sehen mich immer noch. Das ist ja frech. Oh, das ist schlecht. Hm, voll daneben, perfekt. Oh, mein Gott, ich muss ein bisschen geduldiger sein. Moment. Wie ist er, dann triffst du wenigstens auch. Ei, ei, ei. Oh, der war knapp drüber. Hm. Geht, er hat auf jeden Fall getroffen, aber... Wobei, das ist die Hütte eigentlich ganz gut, gerade, wo ich stehe. Ah, jetzt sehen die Mämmchen, die sehen die nicht ärgerlich. Ja, da kämmen die auch schon fast. 117, ouch. Schmerzen, was schmerzen hier? Jetzt kommt unsere komplette Front aus dem Wald rübergefahren. Stark. Und ich kann keinen Treffer verlieren. 82. Jo, und er geht mit 266. Mach's gut, liebes Leben. War nett mit dir. Oh Gott. Und ich bin tot. Da habe ich mein Leben. Vorbeiziehen sind. Tja. Also ich bin nicht ganz so begeistert von dem Chi-He. Dafür, dass der Schaden so gering ist, ist der Kreis meiner Meinung nach zu groß gewesen irgendwie. Aber man muss auch fairerweise sagen, ich war auch schon relativ weit weg von den Gegnern. Also ist es wahrscheinlich eher so ein Nahkampfpanzer, dann wäre der, glaube ich, wieder ganz okay gewesen. Ja. Aber finde ich jetzt auch nicht so besonders, ehrlich gesagt. Wollen wir da jetzt noch zugucken, oder? Ach komm, wir gehen schon mal raus. Wir rüsten schon mal den nächsten Panzer aus. So. Ich war auch überlegen, ob ich einen Booster reinsetze, kurz für die Stunde oder so. Aber eigentlich auch Quatsch, weil... Ach, wobei, wir können... Ach, wobei, wir können... Ach, wobei, nutzt du mal gleich ruhig einen Booster, ist schon okay. So. Type 1 Chi-He. Wobei, jetzt gleich kriegst du ja die Erfahrung noch, wenn du gewinnst oder verlierst, ne? Eigentlich macht es ja keinen Sinn, jetzt freizuschalten. Apropos, habe ich nicht eigentlich denn bei dem anderen Dings hier verkackt? Oh, ja, habe ich. Hoppala. Ja, hoppala. Mhm. Ah, ne, ich bin beim Falschen... Ja, ich... Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Habe gar nichts gemacht. Ne, der hat keine Erfahrung mehr. Oder? Sehe ich das dann? Ne, ne? Man sieht es so nicht. Okay. Ne, ne. Habe ich doch bei allen richtig gemacht? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, gut. Ähm... Ach, weißt du was? 1600 Erfahrung drauf geschissen. Ansonsten beim nächsten Mal Gold sind die eh wieder weg. Äh, beim nächsten Mal Erfahrung umwandeln, ja. So, Chi-Nu. Aus Chi-He wird Chi-Nu. Wie vieler Panzer ist das? Das ist ja Ichi-Ni-San-Chi... Warte mal. Ichi-Ni-San-Chi-Go. Das ist der Go-Panzer, ne? Cool. Wegen 5. Elite-Status. Jawohl. Chi-Nu. Einmal bitte, äh, Koffein. Natürlich, äh, auf Regiments-Schule. Dann hier wird jetzt schön mit neuer Crew gearbeitet, weil die aktuelle Crew ist sowieso für'n Arsch. Na, wie man hier gut sehen kann. Und dann gehen wir auch hier hin und blenden auch direkt die 5er-Panzer ein. Und da ist er, der Chi-Nu. Der Chi-Nu hat jetzt allerdings zwei nachfolgende Panzer. Und zwar hat er den Ui und den Chi-To. Und danach kommt der Chi-Ri. Der ist aber grad noch beim Fußballspiel. Äh, okay. Das heißt, der hier hat's tatsächlich jetzt mal geschafft. Er kriegt auf jeden Fall die kompletten Module reingesetzt hier. Alles einmal. Die Forschung gönnen wir uns. Wieso mussten wir das freikaufen, aber die haben wir schon. Aha, macht Sinn. So. Weil ich hab mir auf jeden Fall fest vorgenommen, ich werde nie wieder Stockpanzer fahren. Und immer nur mit vollständig ausgebauten Modulen. Weil sonst bist du einfach immer im Nachteil. Es ist immer scheiße. Und das macht dann auch deutlich weniger Spaß. So, dann nehmen wir uns einfach mal hier die 7,5 cm Gun Type 5. Auf geht's. Und dann haben wir eigentlich alles drin, was wir brauchen, ne? Ja. Und da der jetzt hier über 50.000 Erfahrungspunkte braucht, kriegt er sogar ein paar Zubehöre rein. Aber erstmal gucken wir mal nach dem Verbrauchsmaterial. Verbrauchsmaterial, natürlich den Erste-Hilfe-Kasten, Ersatzteil-Kiste und den automatischen Feuerlöscher, weil sich das lohnt. Munition könnt... Warten wir mal ganz kurz. Ja, nee, machen wir ganz kurz weg. Nein, natürlich sehen wir den nicht, weil der ja gerade im Gefecht ist. Den kann ich gar nicht angucken. Aber ansonsten, interessant, wa? Sieht schon nach einem Panzer aus hier. Nicht mehr nach so einem kleinen Kasten. Ach, er kommt gerade wieder. Der Chi-He. Aber wobei, der war auch schon okay vom Aussehen. Okay. Also im Direktvergleich... ...finde ich ihn irgendwie besser, aber trotzdem halt immer noch ein bisschen schwach. So vom Aussehen her. Aber egal. So, Chi-He. Den verkaufen wir auf jeden Fall. Mach's gut, mein Freund. So, die Besatzung wird entlassen. Hat sie auch nicht anders verdient. Das restliche Zeug kommt ins Lager. Und dann für 87 lächerliche 1000 Kreditpunkte wird er verkauft. Ciao. So. Chi-Nu. Du kriegst Zubehör. Und zwar kriegst du... ...einmal die verbesserte Lüftung. Dann kriegst du auf jeden Fall einen Ansetzer. Das sind die wichtigsten, meiner Meinung nach. Dann kriegst du hier noch rein... Ich weiß nicht, was für dich wichtig ist. Du bist ja ein Medium, ne? Oder? Du bist ein Medium, oder? Ja, du bist ein Medium. Genau. Dann würde ich sagen, kriegst du... Ich glaube, ich gebe ihm so einen Waffenrichtantrieb rein. Ach komm, du kriegst einen Waffenrichtantrieb. Wenn das schlecht ist, ist mir das auch egal. Viel Spaß damit. So. Eigentlich müsste ich mal anfangen, irgendwann ein bisschen mehr mit Sprenggranaten zu spielen. Aber... Weiß ich nicht. Ansonsten, wie viel Munition können wir haben? 60. Weil hier die dicke Munition nehme ich eh nicht mit rein. Das macht gar keinen Sinn. Machen wir mal... Ach komm, wir machen mal 40, 20. Einfach vielleicht... Vielleicht bietet sich die Möglichkeit ja doch mal an. Okay. So. Dann ist er fertig ausgerüstet. Dann würde ich sagen, ab in die Runde. Zufallsgefecht. Ich hätte ja immer noch gern, dass wir hier so eine Tabelle hinmachen, statt nur so eine Auflösung von 5. Weil was bringt mir das jetzt, dass ich weiß, aha, okay, da suchen gerade 64 Jagdpanzer. Das ist für mich absolut irrelevant, wenn ich nicht weiß, auf welcher Stufe die suchen. Weil das ist ja viel interessanter, finde ich. So Stufe 1 bis 10. Wie viel suchen da? Was für eine Art von Panzer ist ja prinzipiell egal für mich. Weil das ist ja dann eh komplett random, so ein bisschen, ne? Aber ich fände es ja schon sehr relevant zu wissen, ob das jetzt irgendwie alles Stufe 8, 9, 10 sind, die da gesucht werden. Und vielleicht nur irgendwie 10 Stücken Stufe 4 drin sind. Oder halt vielleicht doch nicht. Weil das ist mich schwierig so. Wobei damals war es witzig. Da konntest du sogar Runden haben mit irgendwie 7 oder 8 Artilleriepanzern in jedem Team. Und jetzt stell dich mal vor, ihr habt irgendwie so ein T-92, der ballert dir so 2, 3.000 Schaden ins Gesicht rein. Damals waren nämlich echt stark die Artilleriepanzer. Also ohne Witz. Damals Artillerie. Also da hat die Maus keinen Spaß gemacht, bin ich ehrlich. Wenn dann so einmal sich irgendwie so eine T-92 auf euch eingeschossen hat. Das hat gut geballert, bin ich ehrlich. Ja, natürlich haben wir ein 6er-Gefecht. Werdet ihr das auch nicht erwarten können, ne? Und, äh, ja. Das ist er, der T-92. Hübsches kleines Ding. Ja. Okay. Ich weiß nicht, so als Medium gehen wir links lang. Ja, ne? Weil es gibt jetzt schon 5 Favis. Deswegen vermeiden wir mal den rechten Hang da. Die Küste. Und gehen eher nach links. Na, bleib ruhig stehen. Danke. Ha. Ich glaube, das sehe ich nur nicht so irgendwie. Hm. Schade, die anderen Mediums, hab ich gedacht. Auf die, die habe ich keinen Bock. Na, ist egal. Dann halten wir halt zusammen mit den 2-3 Jagdpanzern an die Front. Mal gucken, wie es funktioniert. Wo fahren denn die Mediums hin? Fahren die jetzt alle rechts mit zur Küste, oder was? Na, ist ja schon smart. 38 kmh, ist auf jeden Fall okay, oder? Stellen wir uns direkt hier unten rein? Na, ne. Okay. Erstmal nach links, da hinter, hinter den Hellcat. Würde ich hier stehen bleiben? Aber ich könnte mal ganz kurz da oben hin zimmern. Aber der Jackson steht da zwar unten, ne? Aber vielleicht treffen wir ja was. Keine Ahnung. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. So teuer ist die Muniz zwar nicht. Hier schön ins Eckloch da reingehen. Äh. Wo sind die jetzt? Also wo ziehe ich jetzt? Ah, da, okay, hier. Erstmal ganz kurz die Höhe rausfinden, wo ich hinziehe muss, mein Gott. Ah, drei sind tot. Drei Verbündete sind tot. Natürlich nicht durchschlagen. Ärgerlich. Aber ich jetzt vergleiche so der Chinu mit dem Panzer 5-4 so aus. Oder generell so die 5er der Deutschen, ne? Die finde ich irgendwie fast schon alle geiler. Na, mal gucken. Damals fand ich generell die Stufe 6er Panzer immer schon am coolsten irgendwie. Die Stufe 6er und 7er. So gerade auf Stufe 6, so was, äh, hier. Wobei Stufe 7 war auch schon cool. So Tiger P. Oder auch generell die VK-Panzer. Die Deutschen hatten schon schicke Panzer auf der Stufe. Ja, jetzt hier rumgammeln, weiß ich nicht. Ich hab keinen Bock hier rumzugammeln. Ich hab ja das Backup von zwei, äh, Jagdpanzern. Dann kämpfen wir uns mal langsam, aber ganz, ganz sicher vor. Oh. Der, der hat kassiert, Junge. Oh, getroffen. 134 Schaden. Ist okay. Okay. Cool. Kommst du noch mal ganz kurz gucken, bitte? Einen kleinen Hit würde ich mir noch gerne mitgeben. Na gut, dann nicht. Ich kann es ja verstehen. Vielleicht kann ich dich spotten. Wenn ich nach und nach ran fahre, ohne beschossen zu werden. Unser Team, äh, unser Team stirbt gerade. Das ist nicht so gut. Hallihallo. Wie geht's denn so? Ist da jemand? Hallo? Da war auf jeden Fall noch ein anderer Pfanzer hier oben, oder nicht? Oder hast du woanders hingefahren? Oh. Hallo. Ciao. Und noch ein T-34, der auf mich schießt. Das ist ärgerlich. 400. Ja, oh, der schmeckt gut. Danke dafür. 400 leckere Schaden, die ich mir schmecken lassen habe, du. Geil. Natürlich hängt da so ein 6er-Jagdpanzer oben in der Ecke drin, wie weißt du. Geil. Oh, nein, nicht. Oh, das hätte man Töd sein können. Nein, nicht auf mich schießen. Tu es nicht. Sei kein Arsch. Sei kein Arsch, bitte. Okay, er ist kein Arsch. 6 HP. Nee. Komm, HE, da kann ich einfach draufballern. Egal, wo ich treffe, er ist tot. Okay, er dreht sich gerade nach der Seite weg, dann kann er mich nicht treffen. Bitte, 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 bitte. Oh, dieser doofe Hang, ne? Ui, ui, ui. Wo ist denn der Hellcat? Ach, da unten, Leute, wir müssen runtergefahren. Die Artillerie hat sich auf mich eingeschossen, das gefällt mir nicht. Ich muss hier weg. Oh, guck mal an. Da tut sich was. Daneben. Oh, der hat einen Abgang gemacht, ciao. Ich fahr mal bei meinen zwei Jagdpanzer mit. Ja, die sind mit dem kompletten Team da rübergefahren und haben trotzdem die Front verloren. Ei, 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 Leute. Guck mal, der Panzer 5-4 ist sogar auch zurückgefahren komplett und hat zwei Kills bekommen in der Zeit. Meine Güte. Ja, unsere Artillerie wird wahrscheinlich sterben. Das tut mir auch echt leid für die. Aber mit meinen 48 HP, die brauch ich auch gar nicht erst zurückfahren. Das wird nichts. Ich wollte... Ich hab geklickt. Tja, machst du nichts, ne? Na ja, gut. Dichinu ist okay. Ist okay. Ich finde, aber jetzt auf so einen Ersteindruck, muss ich zugeben, nichts Besonderes irgendwie. Aber ist okay. Ja, und der hat halt jetzt noch zwei nachfolgende Panzer. Ne? Ja. Ich bin generell überlegen. Gibt es bei den Japanern eigentlich irgendein Panzer, der mich richtig stark reizt? Weil die gesamte Heavy-Reihe reizt mich jetzt nicht so. Bin ich ehrlich. Und die gesamte Medium-Reihe Der Chiri, den würde ich gerne noch ganz kurz sehen. Ah, den... Weiß ich nicht. Irgendwie... Ich glaube, ab den Achterpanzer könnte es, glaube ich, mal ganz interessant werden. Weil ich glaube, die finde ich auch ganz gut. Der sieht ein bisschen aus wie ein... Wie ein Army-Panzer. Aber hey. Der STB, den fand ich eigentlich immer ganz witzig. Ja. Also die Medium-Reihe finde ich auf jeden Fall interessanter als die Heavy-Reihe. Aber da auch erst ab Stufe 8. Davor finde ich die irgendwie bis jetzt alle nicht so interessant. Aber hey. Auch da müssen wir durch. Ist ja kein Problem. Und selbst wenn, guck mal, auch das sind nur, in Anführungszeichen, nur 50.000 Erfahrungspunkte. Im schlimmsten Fall können wir die mit freier Erfahrung durchkaufen. Ja, so ist ja nicht. Äh, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.